Herzlich willkommen bei Love at First Dram, dem Whisky-Podcast von wick.de, wo wir unsere Liebe zu Whisky ausleben und mit euch teilen. Was wir sonst noch teilen? Neuigkeiten aus der Whisky-Szene, Trends und Tipps rund um das Thema Whisky, sowie spannendes Hintergrundwissen zu Brennereien und Herstellungsverfahren. Und das Allerwichtigste, wir beantworten eure konkreten Fragen rund um das weite Feld Whisky so umfassend wie möglich. Daher schickt uns auch gerne alle eure Fragen an podcast.wick.de oder teilt sie per Facebook, Instagram und natürlich auch gerne per WhatsApp mit. Abonniert dafür einfach unsere Whisky-News via WhatsApp. Mit von der Partie sind für diesen Podcast Arne Wesche, Gründer von wick.de und Leon Schuster von den Maltmarinas. Die Moderation übernehme ich, Leonie Klinkhammer, meines Zeichens Whisky-Expertin bei wick.de. In unserer heutigen Folge spricht Arne mit Leon über die in der letzten Dekade neu entstandenen Whisky-Brennereien in Schottland. Wer sind die neuen Player auf dem Spielfeld? Welche Konzepte verfolgen sie? Und mit was für neuem Whisky können wir rechnen? In unserem Segment Brennerei der Woche liefert Arne einen Überblick zu den wichtigsten Fakten zu Springbank. Außerdem beantworten wir bei FragWick heute, was es mit dem Begriff Virgin Oak auf sich hat und welche Auswirkungen dieser Fasstyp auf den Geschmack des Whiskys hat. Doch starten wir mit den Whisky-News der Woche. Am Freitag, den 12. Oktober, verstarb Whisky-Größe Tom Jago im Alter von 93 Jahren. Er war als kreatives Genie in der Spirituosen-Industrie bekannt und wird wohl unvergessen bleiben. Seine größten Erfolge in der Whisky-Welt waren die Mitwirkung am Johnny Walker Blue Label und den The Classic Malls von Diageo sowie die Gründung und Führung von Last Drop Distillers gemeinsam mit Kreativpartner James Espy. Douglas Lange veröffentlicht einen letzten Whisky zur Feier ihres 70. Jubiläums, den Remarkable Regional Maltes With a Twist. In diesem 10-jährigen Blended Malt sind alle produzierenden Whisky-Regionen Schottlands vertreten. Um bei der Nachsicht um gute Qualität nicht den Spaß zu vergessen, hat die Verpackung einen lustigen Kniff oder eben Twist. Sie besteht aus drehbaren Elementen, dank denen man unterschiedlichen Körpern die falschen oder richtigen Köpfe zuordnen kann. So kann man dem Strolch vom Scaliwag beispielsweise den Kopf vom Big Pete verpassen. Die 5000 Flaschen sollen ab Mitte Oktober für einen erschwinglichen Preis zu haben sein. Der spanische Getränkekonzern González Bias plant eine Bourbon-Variante seines Nomad Outland. Bisher erschien unter dem Namen Nomad Outland ein Whisky, der in Schottland gebrannt und geblendet wurde, aber gefinisht in PX-Sherryfässern im spanischen Cherez, Heimat des Sherrys. Damit ist dies kein Scotch. Die Hersteller arbeiten nun daran, eine Variante auf Bourbon-Basis herzustellen, die auch wieder in Cherez gelagert werden soll. Außerdem soll eine Variante herauskommen, die neben PX-Sherryfässern auch in Oloroso-Sherryfässern gefinisht wurde. Nomad Outland existiert seit 2014. Auch Whisky-Legende und Masterblender bei Dalmore Richard Patterson ist mit an Bord. Planung für die zukünftige Lowland-Brennerei Art Goan wurde noch einmal überarbeitet. Seit 2016 existierten bereits Entwürfe für den Neubau. Mit den Änderungen soll vor allem die Umweltbelastung minimiert und das Design zur Umgebung passend und offener gestaltet werden. Die Destillerie wird voraussichtlich etwa eine Million Liter pro Jahr herstellen. Zusammen mit dem Besucherzentrum wird Art Goan zukünftig nicht nur Touristen anlocken, sondern ebenfalls neue Arbeitsplätze schaffen. Der Produktionsbeginn ist trotz Umstellungen für 2020 vorgesehen. Nicht nur die Köpfe hinter Art Goan investieren in die Zukunft. Die Yageo nimmt 150 Millionen Pfund in die Hand, um ein neues Johnny-Walker-Besucherzentrum zu errichten und weitere Zentren zu modernisieren. Die Bauanträge für neue Besucherzentren von Glen Kinschey und Kalila wurden kürzlich eingereicht. Auch in Irland schlafen die Whisky-Produzenten nicht. Irish Distillers steckt insgesamt 150 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau ihrer Anlagen. Der Beerenanteil betrifft die Middleton-Brennerei und die Abfüllanlage in Dublin. Und das waren die Whisky-News der letzten Woche. Weitere Infos könnt ihr wie immer in unserem Whisky-Blog unter wick.de slash blog nachlesen. Noch in eigener Sache. Wenn ihr spannende Neuerscheinungen und leckere Whisky-Empfehlungen nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert unsere Newsletter. So bekommt ihr alle unsere Angebote und ihr habt die Chance auf spezielle Sonderaktionen. Einfach auf wick.de slash wick minus Newsletter anmelden. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Und nun kommen wir zu Hashtag FragWick, wo wir eure Fragen rund um das Thema Whisky beantworten. Auf geht's! Marcel fragt, was ist eigentlich Virgin Oak? Hallo Marcel, danke, dass du deine Frage eingeschickt hast. Wir freuen uns über jede Frage, die eingesandt wird. Also gerne an alle Hörer da draußen, wenn ihr Fragen habt, schickt sie gerne ein. Ich habe Spaß daran, sie zu beantworten. Jetzt zur eigentlichen Frage. Virgin Oak Fässer, die werden manchmal auch als New Oak Fässer bezeichnet, was auch wiederum dann das Ganze besser erklärt. New Oak Fässer, Virgin Oak Fässer, sind Fässer ohne, allgemein sind Fässer ohne Vorbefüllung. Also Fässer, die zuvor noch für keine andere Reifung benutzt wurden, als die, die erste, die dann mit dem Whisky stattfindet. In der Regel werden natürlich in der Scotch Whisky Produktion gebrauchte Fässer eingesetzt. Das hat vor allen Dingen Kostengründe, denn Virgin Oak Fässer sind relativ teuer. Frische Fässer zu kaufen, kostet halt eine Menge Geld und der Schotter spart gern. Und deswegen werden dort vor allen Dingen Ex-Burban-Fässer benutzt, die wiederum in der amerikanischen Whisky Produktion zuvor im Einsatz waren. Denn dort gibt es die gesetzliche Vorgabe für Bourbon Whisky, dass der Whisky in, ja, frischen, in New Oak Fässern gelagert werden muss. Die dürfen die Fässer nur einmal benutzen, die Schotten wollen gern Geld sparen und kriegen dadurch eben auch einen ganz besonderen Charakter an die Fässer. Win-Win, sagt man dazu. Jeder hat was davon. Virgin Oak Fässer sorgen im Whisky allgemein für intensivere Holznoten als eben den entsprechenden Second-Fill-Fässer, zum Beispiel, den da zuvor Bourbon war. Wenn sie aus den USA stammen, wo der Großteil der Virgin Oak Fässer produziert wird und auch genutzt wird, dann geben sie dem Whisky halt extrem vanillige Noten, auch dank der amerikanischen Weiße Eiche, aus der die Fässer dann meistens gefertigt werden. Es gibt aber genauso auch Fässer, frische Fässer oder New Oak Fässer, die aus europäischer Eiche hergestellt werden, die dann noch mehr Würze, noch mehr Tannine in den Whisky bringen. Das ist dann immer so ein bisschen die Spielart und Spielweise, die der Master Distiller, Master Blender, wer auch immer sich dann drum kümmert, gern haben will. Da kann man eben mit den Virgin Oak Fässern noch ein bisschen Würze, ein bisschen Vanille noch in den Whisky reinbringen. Genau. Ich bin schon ein bisschen weggegangen. Virgin Oak Fässer werden meistens eher für kürzere Zeiträume der Reifung eingesetzt, denn sie sind, wie gesagt, sehr, sehr intensiv und deswegen kann es halt sein, wenn man dann Whisky 12, 15, 18, 20, 21, 25, 40 Jahre drin lagern will, dann wäre das einfach viel zu viel Eiche für den Whisky und der würde einfach nach nichts anderem mehr schmecken. Drum ist es eher was, was beliebt ist, um nochmal zu finishen, um nochmal einen kleinen extra Touch an den Whisky zu geben, heißt der Whisky wird nochmal die letzten drei Monate von der Abfüllung nochmal in so ein frisches Eichenfass gefüllt. Es gibt hier und da aber auch mal Abfüllungen aus Virgin Oak Fässern. Ganz interessant, ein bisschen kurios dazu, es kam jetzt vor kurzem der Octomor Masterclass 08.4 raus. Das war ein Whisky, bei dem hat die Brennerei dazu geschrieben, finished in second fill virgin oak casks from France. Also der wurde gefinisht in zweitbefehlten Virgin Oak Fässern aus Frankreich. Klingt erstmal wie ein Logikfehler, also second fill virgin, Wenn es einmal, wenn es nicht mehr neu ist, wie kann es dann noch neu sein? Da lässt sich, glaube ich, folgender Erklärungsansatz finden. Die Logik wird dort vorgeführt, wie sie auch bei Ex-Burban oder Ex-Sherry-Fässern hergenommen wird. Ein Fasstyp wird immer nach der initialen Befüllung benannt. Und jedes zweitbefüllte Fass, und das werden ja die meisten Fässer in Schottland, werden ja mehr als einmal verwendet, müsste nach der sonstigen Logik eigentlich ein, ja, second fill Scotch Fass oder second fill Whisky Fass oder sowas sein. Also auch wenn das ein, keine Ahnung, ein Sherry Fass war, dann wurde es zuvor eine Sherry-Punktion verwendet, wer weiß, wie viele Jahre. Kommt dann nach Schottland, wird dann mit Whisky befüllt, wird dann, der Whisky wird abgefüllt, das Fass soll weiterverwendet werden. Dann ist es halt ein second fill Sherry-Fass, aber nicht ein first fill Whisky-Fass oder so. Und gleiche Logik hat man sich dann gedacht, eben bei den Virgin Oak Cascs, oder bei den New Oak Cascs, heißt ein second fill Virgin Oak Casc, ist in dem Fall einfach ein Fass, in dem zuvor schon mal Whisky gelagert wurde, was davor aber frisch war. Ähnliches Vorgehen gibt es auch bei Floki auf Island, die Fässer von ihrem New Make nehmen, die schreiben das auch genauso drauf, für den Floki Whisky. Und ja, im Grunde ist so ein second fill Virgin Oak Casc, wohl vergleichsweise ähnlich im Charakter, in dem Ergebnis, wie es vielleicht auch ein Ex-Burban-Fass war oder ist. Einziger Unterschied, in der Stelle vielleicht, aus was für einem Holzweil das gemacht ist, das wirklich amerikanische Weiße-Eiche ist, das vielleicht europäische Eiche, dann geht es nochmal in eine andere Richtung. Und klar, wenn das vorher der Pieded-Moll drin war, dann geht es eh nochmal in eine ganz andere Richtung. Aber ich glaube, damit haben wir es ganz gut umrissen. Virgin Oak ist also eine Fassart, die mit Ausnahmen davor noch nicht mit einer anderen Befüllung benutzt war. Sonderfall Floki, Sonderfall Octomor haben wir gerade besprochen. Danke für die Frage. Ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich auf eure Einsendung für die nächste Woche oder für die in zwei Wochen die Folge. Macht's gut. Schreibt uns euer Feedback. Viele Grüße. Ciao. Denkt dran, wenn ihr Fragen rund um das Thema Whisky habt, dann schickt uns einfach eine Nachricht an podcast.wik.de oder kontaktiert uns direkt über Facebook und Instagram. Wenn ihr eure eigene Stimme in diesem Podcast hören wollt, dann könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht über WhatsApp zukommen lassen. Einfach die Whisky-News via WhatsApp abonnieren und Nachricht schicken. Alle Adressen und Kontakte findet ihr in den Shownotes. Und noch eine kurze Erinnerung. Wenn euch der Podcast gefällt, denkt dran, uns auch zu abonnieren. So verpasst ihr nie wieder eine neue Folge. Wer das schon gemacht hat, sollte nicht vergessen, seinen oder ihren Freunden zu zeigen, wie auch sie Love at First Drum über ihr Smartphone abonnieren können. Sneak Peek ins Hörbuch Scotch Whisky. Mit Brennerei der Woche gewähren wir einen Einblick in unsere aktuellen Aufnahmen zur Vertonung unseres großen, kostenlosen E-Books Schottischer Whisky. Heute steht die Brennerei Springbank auf dem Programm. Springbank. An der Südküste der schottischen Halbinsel Kintyre liegt der unauffällige Ort Campelton. Schwer zu glauben, dass die Region einmal über 30 Mold-Whisky-Brennereien beherbergte. In der Longrow Street in Campelton können Whisky-Freunde die Brennerei Springbank finden. Gegründet bzw. lizenziert wurde die Brennerei im Jahr 1828, wobei die Gründer vermutlich schon auf die Erfahrung vorheriger Schwarzbrennereien zurückblicken konnten. Springbank wird heute unter Mold-Whisky-Fans als eine der letzten Whisky-Brennereien der alten Schule gehandelt. Bei nur wenigen Brennereien findet man noch so viele traditionelle Produktionsmethoden. Dank des hohen Personalaufwands ist Springbank einer der wichtigsten Arbeitgeber der Stadt. Und 70 Mitarbeiter zählt die Brennerei. Seit Generationen ist die Brennerei im Besitz der Familie Mitchell und damit einer der letzten unabhängigen Whisky-Produzenten Schottlands. Springbank-Whisky bewahrt den typischen, sehr komplexen Stil von Campelton. Er wird als traditionellster Whisky Schottlands gehandelt. Nicht zuletzt das Wiederaufleben-Lassen diverser Klassiker, zum Beispiel des stark getorften Longrow oder des dreifach destillierten Hazelburn, untermauert diesen Anspruch. So können heute drei Whisky-Sorten im Hause Springbank produziert und auch verkostet werden und alle mit einem unterschiedlichen Torfgehalt. Springbank bietet dabei das Mittelmaß in Sachen Torf und zeichnet sich auch durch ein angenehm süßes Aroma, flankiert von zarten Rauchnoten aus. Am Gaumen bietet ein Springbank fruchtige Noten und leichten Sherry, der gemeinhin in einem kräftigen und würzigen Abgang gipfelt. Automatisierung und moderne Überwachungssysteme sucht man bei Springbank vergebens. Hier wird alles, wie seit Jahrhunderten, von Hand erledigt. Sei es beim Wenden der keimenden Gerste, auf dem eigenen Malzboden oder beim Befeuern des Killens. Überall muss Hand angelegt werden. Das einzige Brennerei Schottlands possiert Springbank noch heute ihr gesamtes Malz für die Whisky-Produktion selbst. Das Malz für Springbank wird sechs Stunden über Torf geräuchert und anschließend über Heißluft getrocknet. So erhält das Malz einen leichten Torfgehalt von ca. 15 ppm. Auch beim Maischen findet sich bei Springbank eine Seltenheit. Hier arbeitet einer der seltenen offenen Mesh-Tunts, sodass man dem Prozess des Maischens zusehen kann. Die Vergehrung findet in Washbacks aus skandinavischem Leichenholz statt. Rund 110 Stunden lässt die Brennerei dem Morsch zur Vergehrung Zeit. Deutlich länger als der Industriedurchschnitt. Zur Destillation stehen der Brennerei drei Brennblasen zur Verfügung. Eine Wash-Steel und zwei Spirit-Steels. Eine der beiden Spirit-Steels ist mit Warm-Tub-Kondensern ausgestattet. Die zweite mit einem modernen Tube-Kondenser. Dadurch erreicht Springbank eine hohe Flexibilität in der Produktion, die heute teilweise von den supermodernen Brennereien kopiert wird. Mit dem Faktoren Torfgehalt, unterschiedlichen Destillationsmethoden und Schnittpunkten schafft es Springbank drei unterschiedliche Malt-Whiskey-Seel zu produzieren. Springbank-Malt wird beispielsweise zweieinhalbfach destilliert. Was bedeutet das eigentlich? Der Nachlauf, Tail, aus dem ersten Brennvergang wird gesammelt und dreimal, der Rest jedoch nur zweimal gebrannt. Daher spricht man etwas verwirrend auch von zweieinhalbfacher Destillation. Auch unüblich ist die hauseigene Abfüllanlage, in der die Whisky-Flaschen gefüllt und gelabelt werden. Die Brennerei hat seit Jahren mit der Produktionskapazität zu kämpfen. Theoretisch könnte Springbank gut 750.000 Liter jährlich erreichen. Tatsächlich wird aber mit knapp 1.500 Litern per Jahr nur ein Bruchteil davon produziert. Dies führt dazu, dass selbst die Standardabfüllungen teilweise vom Markt verschwinden. Sonderabfüllungen und ältere Springbank-Whiskys hingegen sind bei Sammlern heiß begehrt. Dort, wo heute der Parkplatz der Springbank-Dezeltarie zu finden ist, gab es einst eine andere Whisky-Birnerei. Ihr Name war Longrow. Von der alten Bannerei existieren sogar noch einige Überreste, die heute bei Springbank in Benutzung sind. Die Eigentümer von Springbank entschieden sich, den Namen dieses ehemaligen Konkurrenten am Leben zu erhalten, indem sie ihre rauchige Whisky-Variante nach hinten benannten. Eine feine und zugleich kluge Geste. Der Longrow wird ebenfalls in der Springbank-Dezeltarie hergestellt. Die Herstellungsschritte weichen aber zum Teil deutlich voneinander ab. Wie bereits erwähnt, wird für den Longrow schwer getorftes Malz verwendet. Während des Brennens und Schneidens des Herzstücks des Alkohollaufs wird eine andere Abtrennung vorgenommen als bei den Geschwistern. Außerdem wird Longrow, typisch für Scotch-Whisky, zweifach gebrannt. Während Springbank sich bei seiner dritten Marke Hazelburn durch die Dreifach-Dezeltarie in der Sonderstellung sichert. Der Longrow wird durch diese Eigenheiten zu einem Whisky von schwerem, phänoligen Charakter. Hazelburn war eine jener Dettillerien, die infolge des großen Brennereisterbens der Nachkriegszeit und Prohibition von der Whiskylandkarte verschwunden sind. Dank Springbank ist Hazelburn jetzt, wenn auch in einem anderen Gewand, wird zurück. Die Brennerei wurde vermutlich schon vor Springbank entweder 1796 oder 1825 gegründet. Sicher nachzuweisen ist die Brennerei aber spätestens ab 1836. Der Hazelburn-Whisky war ein eher unauffälliger Malt, über den man heute nur noch wenig erfahren kann. Nichtsdestotrotz hat die Hazelburn-Distillery die heutige Whisky-Welt entscheidend mitgeprägt. Masataka Taketsuro, ein junger Japaner, der in dieser Distillerie das Whiskyhandwerk erlernte, war nach seiner Einkehr nach Japan maßgeblich im Aufbau von sowohl Nicker als auch Suntory beteiligt. Hazelburn hat ihn nach Indirekt dazu beigetragen, dass im fernen Osten eine große neue Whiskylandkarte stand. Gegründet im Jahr 1828 blickt die Brennerei auf fast 200 Jahre Geschichte zurück. Bei vielen Brennereien gab es mehrere Schließungsperioden. Die erste zwischen 1926 und 1933, als Folge der großen Depression. Springbank kaufte im Jahre 1969 den unabhängigen Abfüller Cadenhead, um Skaleneffekte bei der Abfüllung zu erzielen. In den 60ern und 70ern verkaufte Springbank einen Teil seiner Produktion an Blendingfirmen. Auch deshalb wurde die Brennerei von der großen Whisky-Krise der 1980er Jahre schwer getroffen. Von 1979 bis 1987 musste auch Springbank erneut seine Tore schließen. Der damalige Besitzer, Hadley Wright, Nachfahre, einer der Gründer der Brennerei, entschied daraufhin von nun an nur noch Single-Mod-Whisky für die eigenen Marken zu produzieren. 1992 eröffentete die Brennerei ihre 1960 geschlossenen Malzböden wieder und kehrte so vollends zu traditionellen Herstellungsverfahren zurück. Im Jahre 2004 eröffentete die Familie Mitchell mit der Calcarrion-Brennerei eine weitere Brennerei neben Springbank und verhinderte damit die Aberkennung Campbelltons als eigene Whisky-Region. Und nun zum Schwerpunkt dieser Folge. Arne spricht mit Leon Schuster von den Maltmarinas über den neuen Brennerei-Boom in Schottland. Welchen Herausforderungen sich die neuen Player stellen müssen und welche Konzepte sie verfolgen, erklärt Leon hier ausführlich. Von Klimaschutz über zugelassene Getreidesorten bis hin zum schönsten Besucherzentrum werden alle wichtigen Aspekte von beiden beleuchtet. Viel Spaß dabei! Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Seit den einigen Jahren schon erleben wir im Whisky-Bereich einen extremen Boom. Das habt ihr selber mitbekommen. Der Whisky wächst und wächst. Immer mehr Leute kommen auf den Trip, kommen in die Welt des Whiskys und sind extrem begeistert. Und das ist ein Trend, der sich natürlich auch in der Brennerei-Landschaft von Schottland bemerkbar macht. Es gibt seit mittlerweile ein paar Wochen von uns auch ein Love at First Dram Print-Magazin, also genau wie der Podcast benannt. Und in dieser ersten Ausgabe des Podcastes haben wir einen Artikel veröffentlicht, der nannte sich Scotch Whisky in voller Blüte. Und in diesem Artikel hat Leon Schuster von den Maltmarinas uns eine wunderbare Übersicht über die neuen Brennereien Schottlands gegeben. Und deswegen möchte ich mich heute mal mit Leon unterhalten. Der hat sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema neue Brennereien beschäftigt und will uns heute mal hier im Podcast einen kleinen Überblick über das Thema geben. Hi Leon! Ja, moin Arne und moin liebe Whisky-Fans! Leon ist der Gründer der Maltmarinas. Und die Maltmarinas sind eigentlich eine Firma, die Veranstaltungen rund um das Thema Whisky anbietet. Ich kann es offensichtlich nicht ganz gut erklären. Leon, stell dich doch vielleicht mal selber ein bisschen vor. Erzähl kurz, was die Maltmarinas machen. Und erzähl uns dann vielleicht auch noch gleich, wie du das ganze Thema Boom in der Whisky-Branche so wahrnimmst. Ja, also im Grunde ist es recht einfach zusammengefasst. Maltmarinas war eine logische Konsequenz aus meiner Leidenschaft für Whisky. Ich habe einfach Schottland viele Jahre bereist und viele, viele Brennereien besucht. Und es war halt so Liebe auf den ersten Blick, sage ich mal. Passt ja auch ein bisschen zum Titel vom Printmagazin. Ja, absolut. Wie bei vielen in der Whisky-Industrie ist es ja bei mir auch so gewesen, dass ich einfach mich sofort in die Szene verliebt habe, in die Reihen, in das ganze Thema Whisky und mich sehr schnell damit beschäftigt habe, das ausführlicher und mich akademischer, sage ich mal, damit zu beschäftigen. Also viel gelesen, viel aufgeschrieben, viel notiert, mir viele Gedanken darüber gemacht. Und natürlich macht es dann auch Sinn, früher oder später mal einen Artikel darüber zu schreiben. Ich habe einen Blog angefangen zu schreiben und wir haben uns, glaube ich, auch über den Blog tatsächlich kennengelernt. Du hast ja auch Kontakt zu mir aufgenommen, als ich in Schottland gearbeitet habe. Bei Glen Ronach habe ich als Tourguide gearbeitet. Und so kam natürlich dann auch ein bisschen Hintergrundinformation, Hintergrundwissen mit dazu. Und seit 2016, Anfang 2016, bin ich jetzt quasi selbstständig und unabhängiger, selbstständiger Whisky-Berater und Veranstalter von Whisky-Veranstaltungen im ganzen Norden Deutschlands, dann sozusagen Hamburg, Bremen, Lüneburg sind so unsere Haupteinsatzgebiete, sage ich mal. Genau. Sehr, sehr schön. Erzähl uns doch so ein bisschen nochmal, wie du den Whisky-Boom in den letzten Jahren wahrgenommen hast und auch wie sich das dann am Ende jetzt in der schottischen Brennereilangschaft niedergeschlagen hat. Ja, also für mich ist es natürlich am spannendsten, weil ich bin einfach ein leidenschaftlicher Reisender. Ich bin viel in Schottland unterwegs und natürlich freue ich mich jedes Mal, wenn ich eine Brennerei besuchen kann, wo ich noch nicht war. Und ich habe den Boom tatsächlich so ein bisschen darüber massiv mitbekommen. Mein Ziel war, alle schottischen Brennereien einmal zu besuchen, die ein Besucherzentrum haben, also die man besuchen kann offiziell. Und ich hatte das dann eigentlich so gut wie geschafft, mehr oder weniger. Und dann ging es eben Mitte 2015, Ende 2015 los mit Nachrichten und Infos, dass immer wieder neue Brennereien aufmachen. Und ich dachte mir so, jetzt komme ich gar nicht hinterher. Und das hat mir zum ersten Mal so auch gezeigt, wow, es passiert gerade ganz, ganz viel. Es werden wahnsinnig viele neue Brennereien gebaut und auch eröffnet. Und ich hatte jetzt auch in den letzten zwei Jahren sehr viele davon besucht und habe auch dementsprechend natürlich schon so ein bisschen jetzt ein Gefühl dafür bekommen, was ist die Richtung der Brennereien, wo geht es hin und auch was ist so ein Trend oder welche Trends gibt es auch so innerhalb der Szene. Und das ist halt natürlich sehr spannend. Absolut, absolut. Was mir dazu gerade in den Sinn gekommen ist, man sagt auch so schön, ist ein langer Weg zum Whisky-Experten, aber ein sehr schöner Weg dahin. Absolut, ja. Das ist die Sisyphus-Arbeit der Brennereibesuche. Ich glaube, da gibt es einige schlimmere Themen, die man angehen könnte. Genau, sehr schön. Also du hast gesagt schon, du hast so ein bisschen erkannt oder in deinem Eindruck nach gibt es so gewisse Gruppen, gewisse Unterschiede zwischen den neuen Brennereien. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen diese Systematik, ein bisschen vielleicht den Hörern näher bringen und dann gucken wir uns einfach mal ein bisschen so an, was für Brennereien es eigentlich jetzt so in den letzten Jahren neu gegeben hat und wo wir jetzt eigentlich alle ganz gespannt auf den ersten Whisky warten. Auch wieder aus Sicht der Reisenden und der Besucher, weil ich ja einfach auch natürlich dazu zähle und wie jeder andere auch nach Schottland fahre und mir gerne Brennereien anschaue, ist es so, dass wir natürlich unterscheiden können zwischen Brennereien, die Besucher empfangen und Brennereien, die keine Besucher empfangen. Da haben wir schon die erste große Unterscheidung, wo ich sagen würde, da hat man einen merklichen Unterschied und wir haben auf jeden Fall jetzt eine Reihe Brennereien, die merklich sich auf Touristen und Besucher eingerichtet haben. Das merkt man ganz deutlich daran, dass diese Brennereien schöne ausgestaltete Visitor-Center, Besucherzentren haben, dass da ein Café mit drin ist. Also die klassischen Brennereien, die mir hier sofort einfallen, sind jetzt King's Barns im Kingdom of Five, Lindos Abbey auch im Kingdom of Five, die Brennerei, die tatsächlich sozusagen sich als Geburtsstätte des Scotch-Whiskies auch präsentiert. Und wir haben Annandale in den Lowlands ebenfalls, wir haben auf den Inseln Harris, Torawak, Artenhoe, also es gibt sehr, sehr viele Brennereien gerade, die dieses Visitor-Center sehr, sehr kultivieren und sich da sehr massiv drum kümmern. Und das ist natürlich positiv für uns Whisky-Touristen, für uns Reisende. Und da merkt man eben auch, dass da ein ganz klarer Trend dazu ist, dass die Whisky-Industrie verstanden hat, dass die Visitor-Centers einfach ein ganz entscheidender Bestandteil des Erlebnisses sind. Von uns Whisky-Fans, wenn wir da sind, ist wichtig, dass wir einfach ein schönes Erlebnis haben, dass wir uns wohlfühlen, dass wir einen schönen Shop haben, wo wir viele Sachen kaufen können, wo wir vielleicht auch einen Whisky aus dem Fass abfüllen können und so weiter. Also das sind natürlich alles Sachen, die die etablierten traditionellen Brennereien auch verstanden haben und aber auch manchmal mehr und manchmal weniger kultivieren. Und da merken wir die Unterschiede eben auch bei den neuen Brennereien. Wenn ich eine neue Brennerei baue, habe ich natürlich die Möglichkeit, ganz massiv hier Wert draufzulegen. Ich muss jetzt nicht wie eine alte Brennerei gucken, habe ich jetzt einen kleinen Raum, wo was passt da rein, sondern eine neue Brennerei kann natürlich von vornherein sagen, dem Architekten, du pass auf, wir brauchen hier so und so viel Platz und so und so viel Raum für einen Café, für einen Visitor-Center, für einen Shop. Und das ist natürlich eine ganz Riesenchance für die neuen Projekte, da von vornherein einen Fokus draufzulegen auf jeden Fall. Genau, allgemein auch natürlich viel mehr Sinn für Ästhetik, schon in die Architektur zu stecken und wegzugehen von den klassischen schottischen Malt-Fabriken, sagen wir mal. Ganz genau. Und da haben wir auf jeden Fall eine ganz klare Entwicklung hin. Kleidzeit in Glasgow, also Edinburgh wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Also die macht auch absolut Sinn in den großen Besucherzentren da, was zu etablieren, dass die Leute einfach nicht so weit fahren müssen, in Anführungsstrichen, um mal eine Brennerei zu sehen. Was ich aber trotzdem natürlich absolut empfehlen kann. Also für mich sind die schönsten und interessantesten Brennereien immer noch weit draußen, JWD. Aber das ist natürlich auch persönlicher Geschmack. Und da kommen wir natürlich auch so ein bisschen hin. Ja, genau. Ich glaube, es wird natürlich auch an der Stelle spannend für die, ja, man wird einfach neue Leute erreichen. Leute, die vielleicht vorher die Schrapazen nicht auf sich genommen hätten, werden eine erste Brennerei besichtigen und dann vielleicht eben doch auch Teil dieser Whisky-Kultur und dann doch nochmal weit rausfahren, weil man dann eben doch versuchen will, alle Brennereien mit Besucherzentrum zu besuchen zum Beispiel. Ja, absolut. Also ich habe jetzt ja auch in der Recherche für die Artikel zum Thema Reisen in Schottland, habe ich ja auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist für Whisky oder für Reisende, die jetzt keinen Fokus auf Whisky legen. Wenn ich mit der Familie unterwegs bin als Familienvater und ich bin in Edinburgh für zwei, drei Tage, dann ist es nicht so einfach zu sagen, ich habe jetzt mal zwei, drei Stunden Zeit für mich. Ich schaue mir jetzt mal eine Brennerei an. Das ist halt einfach momentan noch relativ schwierig. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn für die Zielgruppe, dass wir dann auch Besucherzentren und Brennereien in den Ballungszentren bekommen. Das ist wunderbar auf jeden Fall. Ja, absolut. Was siehst du sonst neben den, sagen wir mal, den Touristenmagneten? Welche weiteren Gruppen würdest du sagen, gibt es in diesem Cluster von neuen Brennereien in Schottland? Ja, da haben wir auf jeden Fall auch zwei Typen, die ich selber super spannend finde und sicherlich auch die Fangemeinde interessieren wird. Zum einen haben wir, ja, wie soll man sagen, ich nenne es immer so ein bisschen platt, Innovationsbrennereien. Also Brennereien, die eben nicht den Fokus auf den touristischen Zweig legen. Das ist natürlich auch manchmal eine Frage des Geldes. Wenn ich jetzt ein bestimmtes Budget habe, dann muss ich mir überlegen, was mache ich mit dem Budget? Und viele Brennereien oder man könnte auch sagen Craft Distilleries, die legen dann den Wert eben auf die Innovation. Die legen den Wert auf das Produkt und sagen, okay, wir wollen jetzt gar nicht irgendwie groß Geld in Visitor Center stecken. Wir wollen alles, was wir haben, in ein spannendes neues Projekt investieren, das dann am Ende neue, ja, innovative Whiskys auf den Markt bringt. Also die klassischen Brennereien, die mir da auch einfallen, sind eben Lone Wolf und Twin River, die beide jetzt in Aberdeenshire sich befinden. Aber wir haben da ganz viele in der Richtung. Also auch Arbiki zum Beispiel ist eine Brennerei, die bisher kein Visitor Center hat, auch in den Ost-Highlands. Und das sind alles Brennereien, die sagen, wir wollen ganz, ganz viel experimentieren mit der Destillation, mit der Lagerhaus, mit der Fassreifung, mit Malzsorten, mit Hefestrengen. Also da haben wir einen ganz, ganz großen Trend hin auch zum Experimentieren. Und wir wissen ja, dass die Scotch-Risky-Industrie, also gerade mit der Scotch-Risky-Association, in gewissen Teilen auch begrenzt ist. Also natürlich aufgrund der Qualitätssicherung, aber natürlich auch gibt es starke Regeln in Schottland, die natürlich auch dazu führen, dass manche Brenner und manche Leute, die sehr innovativ ans Thema rangehen, so ein bisschen begrenzt werden. Und da ist ja Lone Wolf zum Beispiel so ein bisschen am Start gerade dagegen anzukämpfen. Und bisher war es so, dass die meisten Brenner eigentlich gesagt haben, okay, wir müssen uns, oder wir wollen uns in diesem Rahmen von Single-Malt-Whisky bewegen, weil wir wollen Single-Malt-Whisky auf den Markt bringen. Also müssen wir auch uns diesen Regeln unterwerfen. Ein schönes Beispiel ist Eden Mill. Die haben jetzt mit Malzsorten, mit Roast, also Crystal-Malt, Chocolate-Malt, also verschiedenen Arten von Malz gearbeitet und dürften ihren Whisky nicht 100% mit diesem Malz produzieren, sondern eben nur 20% von dem Malz in dem Whisky verwenden und haben dann halt einen Chocolate-Malt-Whisky auf den Markt gebracht mit 20% Chocolate-Malt. Ich hätte es super spannend gefunden, mal so ein 100% Chocolate-Malt zu probieren. Aber da ist eben die Scotch-Whisky-Association so, dass sie halt momentan noch sagt, nee, wir möchten das erstmal nicht. Und Eden Mill ist den Weg gegangen zu sagen, okay, wir wollen Single-Malt machen, wir richten uns danach. Und Lone Wolf zum Beispiel sagt jetzt ganz klar, uns ist es eigentlich relativ egal, wir machen unser Produkt. Und wenn danach halt nicht Whisky draufstehen darf, dann ist es eben so, dann nennen wir das anders und vertrauen darauf, dass unsere Konsumenten oder unsere Fans das einfach kaufen und wissen, was es ist so ungefähr. Also das ist eine ganz spannende Entwicklung, hin zu einem weniger traditionellen Ansatz auch. Also das kann man auch... Genau, das würde ganz spannend zu sehen, was dabei rumkommt. Und ich glaube auch, der Weg, der jetzt gegangen wird, ist eigentlich für alle auch gangbar. Also auch für die, ja, sagen wir mal, für die Leute, die es gerne klassisch mögen, die verlieren jetzt nichts. Genau. Ja, es werden keine Statuten aufgeweicht oder so. Und ja, glaube ich, wird sehr, sehr spannend, was da kommt. Also noch nicht, ich bin sehr gespannt, ob es so bleiben wird, muss ich sagen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das auch im Zuge der Innovation vielleicht Schottland auch dann irgendwann mal sagt, okay, lass uns doch zum Beispiel im Bereich Malz oder Malztypen mal ein bisschen entspannter werden. Und das fände ich ganz interessant. Wir haben ja zum Beispiel auch jetzt viele Brennereien oder einige der neuen Brennereien, die mit Roggen experimentieren. Also in Amerika haben wir, in Amerika, Kanada haben wir Rye Whisky. In Schottland existiert die Kategorie Rye Whisky einfach nicht. Also da müsste man den Whisky-Grain Whisky nennen. Da kämpfen auch einige Brennereien drum, das zu etablieren, dass wir jetzt auch sagen dürfen, wir haben Rye Whisky. Den du aber nur in kontinuierlicher Brennweise produzieren darfst. Genau. Du darfst auch kein Grain Whisky und auch Spotsdills machen und so weiter und so weiter. Man kommt von einem zum anderen. Absolut. Es gibt viele Grenzen, die die Innovation und das still haben. Genau. Wir hatten also die Touristenmagnete. Ja. Wir hatten jetzt die Innovationstreiber, nennen wir sie mal. Ja. Welche weiteren Gruppen finden wir bei den neuen Brennereien in Schottland? Ja, es gibt natürlich auch der Whisky-Boom. Man kann auch so ein bisschen den Blick auf, wenn man rauszoomt, sage ich mal. Dann sieht man auch, dass natürlich die Whisky-Industrie momentan vor der einfachen oder vor der schwierigen Aufgabe steht, die große, große Nachfrage für Single Malt und auch Blended Scotch Whisky zu befriedigen. Also das Angebot einfach auch nachzurüsten. Das ist einfach schwierig. Wir wissen, dass Whisky mindestens drei Jahre im Eichenfass reifen muss in Schottland. In der Regel länger. Und so haben wir auch den Effekt, dass eben viele Brennereien gar nicht mehr hinterherkommen zu produzieren. Wir haben zum einen die Expansion, aber wir haben natürlich von vielen Brennereien. Aber wir haben eben auch eine quasi neue, ganz neue Sparte ist es nicht. Aber die Sparte der, ich nenne es immer Support-Brennereien. Also Brennereien, die auf der einen Seite quasi Firmen unterstützen in ihrer Single Malt oder in ihrer Malt-Whisky-Produktion für die Blends. Und auf der anderen Seite aber tatsächlich auch den Single Malt-Genießern ein Stück weit entgegenkommen, weil sie die etablierten Single Malts damit schützen. Also ein klares Beispiel davon ist Elsa Bay in den Lowlands, die bei der Gervin-Grain-Whisky-Brennerei auf dem gleichen Gelände gebaut wurde. Und die jetzt quasi ihre Podstills, ja, Belveny nachempfunden hat und dementsprechend auch eindeutig sozusagen versucht, den Stil von Belveny, vom Single Malt-Belveny zu kopieren. Und dadurch ein Stück weit in den Blends von William Grants & Sons, also der Firma, die hinter Glenn Fiddich und Belveny steht, ja, zu ersetzen, in Anführungsstrichen. Also wir haben den Grants Blended Scotch und wir haben den Monkey Shoulder, den Malt-Blend von William Grants & Sons. Und das sind natürlich beides Whiskys, die nicht speziell, das ist kein Single Malt, deswegen muss nicht Belveny draufstehen. Aber Belveny und Glenn Fiddich haben natürlich große, große Anteile in diesen Blends. Und beides sind aber Single Malts, die massiv nachgefragt werden. Und Elsa Bay kann natürlich jetzt durch ihre Produktion, wenn sie das schaffen, den Whisky-Stil zu kopieren, können sie das schaffen, in diesen Blends, ja, die Single Malt-Marken zu ersetzen. Und damit haben natürlich dann auch die Single Malt-Brennereien mehr Kapazitäten für ihre eigene Marke. Und das kommt den Genießern von diesen Single Malt natürlich auch zugute, weil dadurch haben wir mehr davon und, ja, müssen sie die Preisschraube auch vielleicht nicht so andrehen. Also auch dahingehend hat das Vorteile, wenn diese Brennereien ein Stück weit das ersetzen. Wenn sie vieles, großes Volumen produzieren, was an der Stelle entlastet. Ja, das stimmt. Genau. Stimmt. Dazu fällt mir gerade ein, es ist ja im Grunde schon das zweite Projekt dieser Art, was William Grandin Suns machen. Weil Kinninvi ist ja im Grunde ein ähnliches Projekt gewesen, wo auch ein Single Malt-Prozept wird, der kaum als Single Malt abgefüllt wird. Ja. Und der vor allen Dingen eben für den Monkey-Shoulder genutzt wird. Ja, genau. Das scheint an der Stelle, also zumindest für William Grandin Suns, durchaus ein Erfolgsrezept gewesen zu sein. Auf jeden Fall. Dass er sich am Ende dann doch noch so eine große, teure Brennerei für eben diesen Zweck anschafft. Ja. Ich muss auch sagen, man ist natürlich als Genießer, als Liebhaber, ist man schon sehr traurig, dass es so schwierig ist, diese Whiskys zu probieren. Also jeder Single Malt, der gemacht wird, der hat es natürlich auch eigentlich verdient, finde ich, für einen Genießer auch mal ins Glas zu kommen. Es gibt natürlich auch Abfüllungen und es gibt auch die Elsa Bay-Abfüllungen für das United Kingdom, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, für den europäischen und für den deutschen Markt haben wir leider noch nichts. Mal sehen, was die Zukunft der Stelle bringt. Auf jeden Fall. Also die Single Malt-Bereiche ist natürlich schwierig. Auf der einen Seite, also Elsa Bay bringt ja zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, ihren Single Malt durchaus raus. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie es bei uns aussieht, ob da was kommt. Aber jetzt zum Beispiel bei Ross Isle und bei Dalmyrnach, das sind so die beiden anderen, die mir einfallen, die jetzt eben relativ jung sind und die auch in diese Kategorie fallen. Das sind beides Brennereien, von denen wir bisher keinen Single Malt gesehen haben. Und es ist fraglich, ob es da eben überhaupt jemals einen geben wird. Und das ist natürlich schon... Es bleibt die Hoffnung, dass da irgendwann mal Fässer in die Hände unabhängige Abfüller gelangen. Genau. Und dass man dann dort auch darüber dann kommt. Das ist ja am letzten Endes bei den meisten Brennereien irgendwann mal so gewesen. Imperial, die Vorgängerbrennerei von Dalmyrnach. Genau. Gab es, soweit ich weiß, auch nie eine Eigentümerabfüllung. Ja. Aber extrem viele Unabhängige. Wer weiß, wie die Szene weitergeht. Wenn der Boom unvermittelt anhält, wird es wahrscheinlich lange dauern. Aber ich glaube, sobald wir die ersten schwereren Jahre wieder sehen in der Scotch-Whiskey-Welt, bin ich recht zuversichtlich, dass wir solche Brennereien auch mal kennenlernen werden. Genau. Wer sozusagen dann noch dem Whiskey-Hobby treu bleibt, wird den auch mal irgendwann probieren können. Bin ich mir relativ sicher. Genau. Das ist auch so meine Hoffnung als Whiskey-Taster natürlich, dass wir dann eine große, große Bandbreite an vielen verschiedenen Stilen und vielen verschiedenen Brennereien zu verhältnismäßig passablen Preisen natürlich auch wieder finden. Das ist natürlich auch immer schön. Das ist dann der Vorteil, wenn dann sozusagen dieser extreme Boom irgendwann nachlässt. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch ein bisschen die Sorge, dass dann die kleineren, innovativeren Projekte dann vielleicht wieder einschlafen oder wieder eingemottet werden müssen, wenn es eben dann nicht mehr, wenn der Aufschwung sozusagen mal abeppt. Ja, das ist riesig. Das wird sich eben dann zeigen. Also da lässt sich momentan natürlich noch relativ schlecht was prognostizieren. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben uns die Touristen-Magnete angeschaut. Wir haben die kleinen, innovativen angeschaut. Wir haben jetzt gerade gesprochen über die richtig großen, über die Support-Brennereien, die viel Masse produzieren können, um die etablierten Single-Malls zu entlasten. Gibt es noch andere Gruppen oder gibt es noch andere Kategorien, die man sich anschauen kann, wenn man sich die ganzen neuen Brennereien in Schottland anschaut? Also generell ist es ohnehin so, dass das natürlich einfach auch vereinfachte Kategorien sind. Natürlich kann man, also bei den Support-Brennereien kann man natürlich klar sagen, okay, kein Visitor-Center, große Produktion, eher für den Support ausgerichtet, nicht so sehr auf eine Single-Mall-Marke ausgerichtet. Da würde ich schon sagen, dass man die relativ gut kategorisieren kann. Bei den anderen Brennereien, es gibt natürlich auch einfach so Brennereien mit einem Schwerpunkt, wo man es nicht so vereinfachen kann, zu sagen, okay, Stempel drauf, fertig. Das ist ja ohnehin in Schottland nicht so einfach. Was ich schon auch merke, es gibt natürlich noch gewisse Trends. Also was ich interessant finde, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit und Energie, die Energiewende, sage ich mal, ökologische Ausrichtung, das ist was, was in Schottland ohnehin in der Whisky-Industrie immer schon so ein bisschen Thema war, wo viele Brennereien hingeguckt haben. Was aber jetzt gerade nochmal ganz akut Aufschwung hat, sage ich mal, also nicht Nieren beispielsweise. Welche Brennereien fallen dir da ein? Also nicht Nieren beispielsweise ist eine der, es ist die erste Brennerei, die 100% mit Bio-Gerste arbeitet, die quasi den ersten bio-zertifizierten Whisky auf den Markt bringen wird. Wer nach nicht Nieren mal suchen will, der tippt ein NCN, ein Apostrophen dann, ein EAN. Nicht Nieren ist wirklich schwer zu schreiben und schwer zu lesen, wenn man nicht weiß, wie es geht. Und nur ein kleiner Zwischenwunderstelle. Ne, bin ich voll bei dir. Ich habe die Brennereien besucht und ich habe immer Drimden eingegeben, weil es der Arbeitstitel der Brennerei vorher war. Und ich muss auch sagen, so gerne ich die Brennerei mag, aus einer Marketingperspektive ist das definitiv eine Katastrophe dieser Name, weil es einfach für den Kunden ganz, ganz schwer ist, die zu finden. Auch dann, wenn man da hinfährt, es wirklich liegt am Arsch der Heide, sage ich mal. Ist eine wunderschöne Fahrt dahin, auf jeden Fall ähnlich wie bei Artner Merkin. Die liegen ja auch auf der Artner Merkin-Halbinsel und nicht Nieren liegt auf der Nachbar-Halbinsel auf Morwen. Und unbedingt mal hinfahren, wenn ihr im Westen von Schottland seid, traumhaft schöne Gegend. Und Artner Merkin und nicht Nieren zählen eben beide zu diesen Brennereien, die sich sehr, sehr viel Mühe geben. Die haben hier mit, die haben einen Biochip-Boiler zum Beispiel, also wo dann die Holzchips verbrannt werden, um eben die Hitze zu generieren. Hier Glen Vives. Die stammen dann aus verbrauchten Fässern oder? Die werden tatsächlich aus Baum, also nachwachsenden Bäumen, ja, nachwachsende Bäume klingt blöd, aber ich habe eben nachgefragt, weil ich natürlich auch, dann der erste Gedanke war, okay, holzt ihr dann dafür die ganzen schottischen Wälder ab? Oder, nee, ist tatsächlich so, dass sie dafür einen eigenen Forst haben und das auch wieder aufforsten. Also das ist bei nicht Nieren und bei Artner Merkin schon so, dass sie da ganz bewusst darauf achten, dass sie natürlich jetzt nicht sagen, okay, Visit hat rechtlich, arbeiten wir hier mit nachhaltigen Produkten, holzen dann aber den Regenwald dafür ab, so ungefähr, das wäre nicht im Sinne des Erfinders. Nein, da haben sie tatsächlich auch ein Konzept und von daher kann man auch sagen, okay, das läuft auch so. Und ja, Glen Vives in den Highlands oder in der Nähe von Inverness, die sind auch jetzt mittlerweile eine der ersten Brennereien, die sich vom Stromnetz komplett unabhängig sind. Die haben eine Kombination aus Windkraft, Wasserkraft und Solarenergie und sind damit quasi, schaffen es, so viel Strom zu produzieren, dass sie teilweise zurückverkaufen können ins staatliche Stromnetz. Und das finde ich halt auch sehr witzig oder sehr interessant. Also wir sehen da einen ganz klaren Trend auch hin zu neuen Konzepten. Also das Crowdfunding beispielsweise wird auch immer mehr eingebunden in die Kreation neuer Projekte. Also Glen Vives ist zum Beispiel die erste Brennerei, die komplett über Crowdfunding finanziert worden ist, die in Gemeindehand liegt, die quasi nicht an einen Großkonzern angebunden ist oder kein Einzelprojekt ist, sondern das quasi komplett finanziert worden ist über Crowdfunding. Also auch da sehen wir verschiedene neue Ansätze, sage ich mal. Ja, es ist ein sehr schöner Aspekt, wenn die Community, wenn die gesamte Gemeinschaft in so einem Projekt teilhaben kann. Genau. Sieht man ja leider auch nicht mehr so häufig, dass Brennereien in Schottland wirklich in schottischem Besitz sind. Von daher ist das, gerade bei neuen Brennereien, glaube ich, auch wieder jetzt eine tolle Möglichkeit oder eine tolle Chance, da auch wieder mehr quasi nach Schottland zurückzugeben oder zurückzubringen. Wir haben ja die Idee von, sage ich mal, der Finanzierung an sich. Das machen viele Brennereien, also diese Founders-Clubs, wo man sagt, ich kaufe mir jetzt irgendwie, ich zahle Geld und dann habe ich irgendwie Anspruch auf die ersten Flaschen oder so. Das machen ja recht viele Brennereien, aber das ist halt wirklich das erste Mal, dass das komplett als Crowdfunding-Projekt finanziert wurde. Und das ist auf jeden Fall schon nochmal eine andere Hausnummer. Genau. Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja, absolut. Also ich finde es einfach auch für uns als Whisky-Genießer natürlich dahingehend spannend, wie viele neue Produkte auf uns zukommen. Also wir haben ja wirklich momentan, wenn man sich historisch betrachtet, leben wir in einer Zeit, in der die meisten Single-Mold-Reihen überhaupt gebaut worden sind. Also ich habe das auch in meiner Recherche so ein bisschen mal nachgeguckt, spaßeshalber. Wir haben ja diese zwei großen Bauwellen gehabt nach dem Exiles-Act 1823 und dann nochmal Ende des 19. Jahrhunderts. Da hatten wir wirklich eine Reihe Brennereien, die gebaut worden sind. Und in der Phase seit 2010 bis jetzt und in den nächsten, ja, sagen wir die 2010er, also zwischen 2010 und 2020, werden tatsächlich wirklich mehr Brennereien gebaut, als jemals zuvor in einer Phase oder sogar in mehreren gleichzeitig. Und da sehen wir natürlich auch, was alles an neuen Whiskys auf uns zukommt. Also wir haben viele, viele verschiedene Ausrichtungen. Wir haben auch diese Experimentalbrennereien. Wir haben viel, auch die kleineren Brennereien, die jetzt nicht so super experimental ausgerichtet sind. Auch die experimentieren trotzdem mit Vergehrmethoden, mit anderen Hefestämmen. Die Lack Distillery auf Aaron zum Beispiel, die jetzt anfängt, massiv im Bereich Torf zu forschen. Also gerade die Pete Hats, die werden hier auch super viel Neues vor die Nase kriegen, weil hier einfach auf jeden Fall auch von der Tradition, sage ich mal, nicht unbedingt abgewichen wird. Aber es wird halt sehr viel variiert. Und ich glaube, dass die Bandbreite an Whiskys und an Single Malt Typen, die wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren vor die Flinte kriegen, dass die auf jeden Fall noch deutlich breiter wird. Und bisher konnte man immer sagen, ja, 100 verschiedene Single Maltes grob und in 10, 20 Jahren werden wir wahrscheinlich sagen, ja, 150 oder so. Also das ist eine ganz, ganz spannende Zeit, in der wir gerade leben. Absolut. Ja. Absolut, bin ich völlig bei dir. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube, in den nächsten, also spätestens in 10 Jahren wird das richtig rund gehen. Und da werden wir richtig, richtig tolle Standard-Whiskys kriegen und alles das, was an neuen Ideen, an neuen Strategien, an neuen Regionen, an neuen Verfahren eigentlich jetzt gerade aufgebaut wird, wird dann sich so richtig auszahlen. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Vielen Dank, Leon, für diese spannende Übersicht über die Trends bei den neuen Brennereien in Schottland. Gerne. Wer, ähm, mehr Hintergrund dazu erfahren will oder wer nochmal richtig tiefer einsteigen will, der, ähm, ja, bestellt am besten mal wieder bei Wick, dann kriegt ihr das wunderbare Love It First Drum Magazin. Dann könnt ihr den Artikel nochmal im Detail nachlesen, da ist noch deutlich mehr Info, als es gerade in diesem kurzen Interview unterzubringen war. Auch Detailinfos zu allen Brennereien, die jetzt neu gebaut wurden. Ähm, das Thema fängt an im Herbst 2018. Wir werden es jetzt fertigstellen in der Ausgabe für den Winter 2018. Und, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und, äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge Love It First Drum. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schenkt uns ein Herz auf Soundcloud oder 5 Sterne bei iTunes. Wenn ihr eine kurze Bewertung schreibt, dann hilft das anderen Wisky Fans, uns zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Leonie und ich sage Slange. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.